Herzlich Willkommen zur vierten Folge. Hallo! Ich habe eine Handmaiden von der Norden, die Familie für Robb-Stark gescheitert. Es gibt Fragen, die ich am besten. Cersei selbst hat mich heute Morgen in der Royal Sept gegründet. Sie hat die Norden-Gerl in meine Service gegründet, und sie hat dich als Traitor gegründet. Sie war sehr glücklich mit sich. Ich bin nicht ein Traitor. Natürlich nicht. Es ist nur eine Entschuldigung für Sie, und zwar mich. Sie demanden eine Audience. Sie wollen eine Apolose, für was, ich weiß nicht. Aber sie ist jetzt für uns, und ich habe gesagt, dass ich Sie zu bringen. Ich würde das nicht sagen, wenn es nicht wichtig war. Oh mein Gott, ich darf gleich mit Cersei reden. Die rote die Klingel ist bereit, um uns zu bekommen. Du bist gut, ich weiß, wunderschön. Du bist gut, ich weiß, was du. Du kannst du etwas fühlen, aber du musst eine andere sagen. Good luck. Good luck. Good luck. You can do this. Laufen wir mal nach vorne. Was sind das hier für Leute? Da ist der eiserne Thron. Und das hier ist Cersei und nebendran Tyrion Lannister. Ah, Lady Margaery. Aren't you looking lovely this evening? Lord Tyrion. Your Grace? With your permission, allow me to introduce Lady Mira of House Forrester. Your Grace. Your Grace. Family loyal to the King. Perhaps you should ask the new Lord Forrester. He's not here, is he? She is. Yes, Your Grace. To the one true King. The one true King. Yes, she didn't say which. The girl is clever. She only meant... I don't care what she meant. I care what she said. I won't stand for impertinence from a girl of the North. If you would give her the chance to explain... Maybe she can explain why the Forrester have been loyal Bannam and a house Stark for centuries. A house of traitors. They are noble. Not traitors. Your Grace. We're making beef. Noble? Perhaps once. For a northern house. But now? Now they're merely dead. Is your house willing to swear fealty to your new liege lord, Roos Bolton? Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm. Roos Bolton also served the Starks, Your Grace. And proved his loyalty to the Crown by bringing their house to a swift and sudden end. Old allegiances are not easily abandoned. But now that the war is over, we must look to rebuild and forge new alliances. There are ships and shields to be built, and Joffrey will need a steady supply of ironwood for his armies. I'm told there are others who would happily serve that purpose, but I trust we can rely on House Forrester. Forster Ironwood does seem rather unique. To our mutual benefit, Your Grace. And at the pleasure of your king. It would be a shame to see it fall into the hands of another house. I imagine you'd do almost anything to prevent that from happening, wouldn't you? Ask any Lannister, and they'd do whatever was necessary to save Casterly Rock. It would be unfortunate to see another house lay claim to what's yours. There are limits, Your Grace. Perhaps. But not if your house faces potential ruin. What would you have the girl do, Cersei? It's not as if she fought beside the Starks, wielding a battleaxe for the Northern Army. It raises an interesting question, I suppose. Can we truly blame those who end up on the wrong side of the war? Our dear Margaery here was betrothed to Renly Baratheon on the false assumption that he would one day rule the Seven Kingdoms. Can we fault her for her mistake? Should she be held accountable? I won't judge her, Your Grace. I wasn't there. I didn't face her decisions. Aren't you a delightful girl? If only one could flit through life without ever holding an opinion of their own. If there's a point to this, I hope you find it quickly. Loyalty can be such a hard thing to define. This city alone is filled with all sorts of ambitious opportunists looking to reinvent themselves. Pretending to be something they're not. Who knows what lurks within their hearts. You are a girl from the North here in service to Lady Margaery. One can only assume her interests are yours. Yet loyalty to a king, that must be absolute, beyond question. And if your loyalty were to become conflicted between your king and the very person whom you serve, what would you do then? I'm sure she would... Let the girl answer the question. Go on. I must use Margaery, Your Grace. I serve at her pleasure. Clearly your handmaiden does not have her priorities straight. She is a threat to the crown, isn't she? The most dangerous handmaiden in all of King's Landing. Hahaha. She's a hardhouse, isn't she? Not surprising, I suppose, for a northern girl. But not very encouraging either. I'd like a word with you, if I may. Of course, Your Grace. Die gefährlichste Zofa. Ja, so sieht's aus. I'll walk you out. This may come as a surprise, but I met your father once, at the tourney at Lannisport. Even then he didn't trust Ruse Bolton. We only spoke briefly, but your father struck me as an honorable man. You have my condolences for his loss. These are trying times, my lord. My family fears what might happen now that the Boltons rule the north. They must still answer to the crown. You shouldn't forget that, nor should they. You were brave to declare your loyalty to Lady Margaery. No doubt she was pleased, but Cersei, she will not soon forget what you said. It was quite the first impression. I don't particularly like her. That was fairly apparent to everyone. My sister and I have our differences. She takes great pleasure in her little charades. I take mine in thwarting them. We must find our amusements where we can. She threatened to give your ironwood to another house. It is the master of coin who decides such matters. The crown needs boats. Boats need wood, and I speak for the crown in this regard. Not her. What are you suggesting? I suppose the crown could be persuaded to secure ironwood from House Forrester. Lady Margaery might not look favorably on such an alliance. And it would infuriate Cersei. Although what would be amusing for me might prove rather dangerous for you and your house. Are you willing to risk that? It's a risk I'm willing to take, Lord Tyrion. Please. You are a brave girl, aren't you? I'll consider it. Now, if you'll excuse me, I promise Sansa I would join her for dinner tonight. Three beautiful bottles of dawnish wine await my arrival. Thank you for the advice, Lord Tyrion. Just be careful. This is not the north. King's Landing can be a nest of vipers to the uninitiated. Boah, das wird noch richtig geil, Leute. Tyrion ist ein richtig cooler Charakter. Auch in der Serie. Auf jeden Fall in der Serie. Empfehle ich euch zu gucken, diese Serie. Mirra, ich hatte Angst. Wie war es? Cersei hat eine Art von mir zu schauen, als ob du nichts bist. Es war nicht gut. Ich bin sorry. Cersei ist bekannt, dass es eher schwierig ist. Aber zumindest ist es vorbei. Lady Margaery hat den ganzen Tag gearbeitet für die Kirche. Of course, ihr und ich seid sehr nach hinten. Hier mit den 4. Kauzinnen und 9. Kauzinnen und 9. Kauzinnen. Ah, Herr, Jaime. Ich würde mir das nicht interessieren, dass er die Kirche ist. Sarah? Was? Es ist wahr. Und Oberyn Martell, die Red Viper. Ich bin gesagt, er hat eine Paramore. Sie werden uns in trouble. Wir haben nur ein bisschen Spaß gemacht. Oh Gott, die stellt da was um. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also? Wir sind entschuldigt, meine Frau. Wir hatten nur Spaß. Das ist nicht ein Spiel. Es ist ein Krieg. Allies und Schäuers können mit jeder Bewegung sein. Aber sie sagen, dass es die Männer sind. Die Königin war... eher entschuldigt mit deinem Display, Mirra. Ich bin nur glücklich, dass es vorbei ist. Der Königin kann manchmal sein. Es gibt immer jemanden, oder jemanden, oder jemanden. Ich glaube, es wird nur schlimmer sein, als ich die Königin bin. Als sie wissen, dass ihr echte Herz, die Königin und Schäuers werden, haben keine Wahl, aber zu lieben Sie. Sie antworten? Sie antworten? Sie antworten? Es ist ein Wunderschön. Ihr words to Cersei were brave, aber ich weiß, dass Sie sich überrascht, was die Boltonen tun können. Ich danke, dass Ihre Willenstelle es zu schützen. Es ist so schwer, wie es möglich, es sei es. Danke, meine Frau. Es ist etwas, etwas in meinem Kopf. Es ist etwas, etwas, etwas wichtig. Ich habe ein Wettbewerb zu fragen, ob Sie in der Rückkehr gehalten haben. Was Sie sagen, Sie können es vor Sarah sagen. Es gibt keine Geheimnisse zwischen uns. Es geht um meine Familie. Ich信 sie. Ich würde es nicht wissen, aber meine Mutter hat gesagt. Es ist um meine Familie. Ramsey Snow. Was würde ich mir tun? Meine Mutter Angst, dass unsere Familie kraft wird, wenn Ramsey ist, wie sie es mögen. Sie hat gedacht, wenn eine Raven gefordert werden, um die Bolton zu wissen, dass sie die Hauptverfälle zu haben. Ich weiß, es ist viel zu fragen, und ich würde es nicht anders, aber sie hat gesagt. Das ist keine kleine Reaktion, besonders jetzt. Ich weiß, meine Frau, und ich würde es nicht anders fragen. Aber meine Mutter hat mir keine Wahl gegeben. Sie hat gesagt. Joffrey weiß nur sehr gut deine Familie für die Starks, und jetzt würde ich mich fragen, ihn zu intervenieren. Ist die Situation so schrecklich? Du kannst nicht, meine Frau! King Joffrey nicht mag es. Puhren, wie wir auf Lady Sansa haben. Ich werde immer noch in deine Schuld. Meine Familie wird immer noch in deine Schuld. Ich weiß nicht, Mirra. Wenn die Cersei zu wissen... Ich weiß nicht, meine Frau. Du hast ihn, Lady Marjorie. Du hast ihn, Lady Marjorie. Du hast ihn, wie niemand. Auch seine Mutter. Ramsey Snow wird bei Ironrath in einem Wochenende kommen. Ich würde niemals fragen, ob es nicht so wichtig wäre. Sehr gut. Ich werde deine Request machen. Aber ich kann dir nichts sagen. Danke, meine Frau. Wir haben es geschafft. So ein bisschen halt. Und wieder ein Szenenwechsel. Kennt ihr den noch? Garret. Garret. Na geil. Das ist mein Pferdweg. Toll. Nein! 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 Bitte, bitte ... Nein! Nein! Let's play a little game, shall we? Did you know my ancestors wore the skins of their enemies as a coat? Uh-oh. Die häuten den. Whoa, zurück, zurück, zurück. No noise. Like a drowning cat. I thought he'd never stop. As my father likes to say, a naked man holds few secrets. But the flayed man, the flayed man holds none. Pity he didn't know your father is the warden of the north. He does now. How much further is it to these foresters? A day, my lord. Two at most. What was that? My lord? Shh, listen. Uh-oh. There. Hear that? I know I heard something. Lauf, Beck. Lauf. Ah! 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 Ah!